Hallo und willkommen bei Mobiltest. Hier ist Markus und willkommen zu einem, wie ich finde, sehr interessanten Test. Wir haben das Sony Xperia 10 Mark V versus das Google Pixel 8. Beide Geräte laufen mit Android 14. Wir haben hier das Sony Xperia 10 5, ein Gerät mit einem absoluten Mittelklasse-Prozessor. Ich mache dieses Speed- und Akkutest immer mal wieder. Diesmal wird das mehr ein Akkutest werden, denn es ist etwas völlig Wahnsinniges passiert. Schaut euch mal diese Screenshots von dem Xperia an. Wir kommen bei diesem Gerät auf eine Display-On-Time von über 7 Stunden bei noch 25% Akku. Und das wollen wir jetzt mal in unseren bekannten Speed- und Akkutest ausführlich testen. Beide Geräte haben 100% Akku, die Taskmanager sind komplett leer. Und dann starten wir jetzt einfach mal den 3D Mark. Und es gehen in den Wildlife-Stress-Test. Der Wildlife-Stress-Test ist etwas, dort bekommen wir nicht unbedingt sofort eine Punkteskala oder einen Punktewert angezeigt, sondern er ist ein Belastungstest. Der läuft 20 Minuten. Und ich möchte mal sehen, wie viel Akku in diesen 20 Minuten verbraucht wird. Und da 20 Minuten langweilig sind, lassen wir den Test einfach 6, 7, 8 Mal durchlaufen. Die Helligkeit ist bei beiden Geräten auf Automatik geschaltet. Wir haben hier mein Gerät, ein Leistungsschnappschuss Pixel. Wir werden mal sehen, wo sich die Geräte zum Schluss eingliedern. Und was besonders spannend sein wird, zu sehen, wie die Geräte in mehreren Durchgängen performen. Wir lassen die Tests jetzt einfach mal laufen. Dann nach 20 Minuten sind wir dann wieder da, schauen uns das Ergebnis nochmal an und lassen es dann wieder laufen. Wir starten jetzt einfach mal den Wildlife-Stress-Test. 20 Minuten und sehen uns gleich wieder. So, Zielgerade und da sind wir auch durch. Seht mal, genau, die Punkte sind jetzt völlig egal. Guck mal, das Sony Xperia hat 1200 Punkte, 1208, Stabilität 99%. Das ist ja eigentlich ein Witz. Beim Pixel sehen wir genau das, was wir halt beim Pixel irgendwie erwartet haben. Auch hier interessant, 8190 im ersten Loop, 8400 im zweiten. Das Sony Xperia 10 Mark V läuft ungefähr, also es läuft 1200 Punkte und das durchgehend. Hier wird halt nichts gefakt, wir kennen das von asiatischen Herstellern, wo dann manchmal die Smartphones wissen, hey, ich bin gerade in einem Benchmark und deshalb pumpe ich jetzt mal alles an Leistung raus, die ich habe. Akku 100% bis 91%, das heißt, wir haben hier 9% Akku beim Pixel verloren und wir haben 3% Akku beim Sony verloren. Und die Temperatur ist bis 42 Grad, beim Pixel und beim Xperia 31 Grad. Allerdings ist die Bildwiederholungsrate 21 bis 62 Frames und naja, seht mal, es ist einfach kein Gerät, das Sony Xperia, für Hochleistungsgaming. Aber wisst ihr was? Das lassen wir jetzt nochmal durchlaufen, oder? Wild Life Stress Test und los! Bis gleich! So, und während wir hier jetzt im mittlerweile 19. Durchgang sind, das heißt, fragt sich der eine oder andere sich, warum machst du das? Wofür ist das gut? Nun ja, ich bin da drauf gekommen, als ich irgendwann gemerkt habe, dass mein iPhone langsamer ist als mein Android-Gerät. Und ich weiß, dass das iPhone einen deutlich besseren und potenteren Prozessor hat. Und ich habe mich gewundert, warum das der Fall ist. Und habe dann einfach mal angefangen, diese Tests durchlaufen zu lassen. Und auch wenn ich hier keine Ergebnisse absehen kann, also ich kann ja, wir können ja nicht wirklich entscheiden, anhand von Zahlen, welches Gerät ist jetzt schneller und welches nicht. Zum Beispiel scheint jetzt das Xperia zu führen, vor dem Pixel. Das Pixel ist aber das deutlich potentere Gerät. Das Pixel ist aber deutlich schwächer als das Xperia 1 Mark V. Da gibt es auch einen Geschwindigkeitstest drüber. Und auch hier, auch wenn das Xperia 10 den Test jetzt schneller durchgeführt hat. Seht mal, gerade eben waren wir hier beim Pixel 8 bei 8000 Punkten. Jetzt sind wir hier bei 7100 Punkten. Der niedrigste Score ist 4700 Punkte. Das heißt, wir haben Stabilität von 66%. Während wir hier, das Ding zieht hier einfach, na, guck mal, das zieht hier einfach seine Kreise. Hier haben wir wieder 7100, 6000, 58, 54, 55, dann steigt es mal wieder. Das sieht man auch anhand des Graphs hier. Und hier zieht er einfach ganz entspannt seine Runden. Auch hier Temperatur 42 bis 44 Grad. 32 bis 34 Grad. Er hat allerdings 5 Frames bis 11 Frames. Es ist einfach kein Gerät. Aber auch hier 81% zu 93%. Einen machen wir nochmal aus Spaß an erfreut. Den Wildlife Test 20 Minuten. Und bis gleich. Mal sehen, wo wir uns beim Akku treffen. So, und hier ist der nächste Durchgang durch. Wir sind hier mittlerweile bei 89%, während wir beim Pixel bei 72% sind. 21 über 16. Das heißt, 6900 Punkte. Das Pixel hält sich ganz gut. Aber es ist der absolute Wahnsinn, wie das Sony Xperia 10 Mark V hier seine Runden zieht. Wieder im 1200er Bereich. Aber die hält es zu 99,4%. Während wir hier beim Pixel wieder ein Auf und Ab erleben. Klar, wir haben gesehen, das Gerät 43 bis 44 am Grad. Temperatur beim Pixel 35 Grad. Allerdings auch hier eine Frames for Second 16 und 5 zu 48 und 11. Das heißt, klar, das Xperia ist nicht dafür gemacht, um High-End-Spiele zu spielen. Das Xperia ist, das ist überhaupt nicht sein Metier. Aber, ja, wenn ich dann irgendwie unterwegs bin über Stunden und einfach Stunden reisen muss. Ich sitze in der Bahn für 4, 5, 6 Stunden. Oder ich brauche einfach ein ausdauerndes Gerät, aus welchen Gründen auch immer. Das, Sony liefert das. Wir lassen das jetzt noch ein letztes Mal laufen und dann melde ich mich gleich bei euch zurück. Was soll ich noch sagen? Ich gehe davon aus, dass auch in diesem Durchgang das Sony Xperia 10 Mark V seine Runden zieht, als wenn es keinen Morgen gibt. Es ist ein richtig, richtig gutes Mittelklasse-Smartphone. Und hier seht ihr, was passiert, wenn man ein 5000 mAh Akku in ein FHD Plus, ich glaube FHD Plus ist die Auflösung, am Display packt. Was, ihr seht, hier sehr hell ist. Es ist ein sehr helles Display. Es ist ein recht schönes Display. Es hat allerdings keine 120 Hertz Refresh Rate, sondern nur 60 Hertz. Aber das ist dann einfach das, was man geliefert bekommt, nämlich stundenlanges Entertainment. Und dieses Gerät wird ewig durchhalten. Wir sind jetzt hier bei 99,4%. 1200 Punkte. Es zieht hier einfach seine Runden, als wenn es keinen Morgen gibt. Und ich muss dazu sagen, dass Google Pixel 8, ich bin sehr, sehr überrascht, wie gut es durchhält. Es ist 6900, es ist jetzt seit einer Stunde, beide Geräte sind jetzt ungefähr eine Stunde in Action, in Vollaction. Allerdings 63% zu 86%. Das heißt, wir haben hier über 20% Akku mehr verloren in der Zeit, als bei diesem Gerät. Und wenn wir bedenken, dass wir hier mit 99% gestartet sind, das ist schon ziemlich abgefahren. Dann seht man auch, das Gerät kann es jetzt in die Hand nehmen. Das Gerät fühlt sich auch wirklich nicht sonderlich warm an. Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, ist halt ein schwacher Prozessor drin. Und demzufolge passiert da auch nichts. Was soll denn auch passieren? Aber seht mal, ihr könnt mich auf jeden Fall daddeln. Und so Sachen wie Galaxy of Heroes könnt ihr selbstverständlich spielen. Ohne Probleme. Und auch Candy Crush oder Warcraft Rumble. Ja, es sind halt, ihr müsst halt darauf achten. Ihr müsst halt ein bisschen schauen, welche Spiele wollen wir spielen. Was ist überhaupt ein Spiel, worauf ich Bock habe. Und wenn ihr Hardcore Gamer seid, dann ist weder das Pixeln-Gerät für euch noch das Xperia 10. Aber für jeden Casual-Nutzer reicht das Gerät mehr als aus. Der Testbericht, das Testvideo zu diesem Gerät, wird in einigen Tagen veröffentlicht. Das heißt, abonniert uns doch, abonniert doch den Kanal. Es wird auch noch ein Kameratest zum Xperia 1 Mark V kommen. Und dann wird auch noch das Testvideo hier zum Xperia 10 Mark V kommen. Vielen Dank, bis hierher. Das war Markus von MobiTest.